Jo, sehr nice. Damit moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Die findet mal wieder außerhalb der Plateaus heute statt, aber durchaus wieder am Nordmeer. Wir befinden uns hier in einem Bereich, der mit 30 Metern in etwa gekennzeichnet ist, werden also hin und wieder mal zu den Bojen hingeschwemmt und wieder davon weg. Auf 30 Metern behandeln wir hier den Meeresboden, kann man sagen. Wir haben hier eine Meeres-Jig-Montage aufbereitet, beziehungsweise vorbereitet, mit der wir hier alles abtasten und die ist mit 60 Kilo zusammengesetzt. Das Ganze auf der Poseidon Sensi, die ja selbst hier mit rund 60 Kilo zu Buche schlägt. Wir haben 4 Nuller Haken, Magget schwarz, 2 Nuller Haken, Magget grün, grün, fluoreszierend, noch mal das gleiche, grün-schwarz, noch mal das gleiche, grün-weiß. Und da ist mir gerade der Fisch ausgeschlitzt, das habe ich schon befürchtet, aber hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu finden. Und ich würde sagen, ab diesem Steinköhler, den wir gerade rausgeholt haben, werden wir jetzt einfach mal hier ein Stündchen und so hinstellen und ganz gemütlich den Spot ein bisschen genauer kennenlernen. Let's go! Wie immer, wenn wir sowas hier testen, außerhalb der Plateau-Bereiche, die man ja kennt, Plateau-Bereiche sind also zum Beispiel 30, 34, 41, 55, 75, 80, sowie das namenlose Plateau auf F5. Das sind so die Bereiche, sage ich mal, auf denen man immer wieder Angler findet. Weniger frequent ist es eher außerhalb davon. Auch hier gibt es natürlich so Bereiche wie zum Beispiel die 120 Meter, wie zum Beispiel die 120 Meter, die Tiefstellen 170, 190, 215. Also gerade die Tiefstellen sind auch außerhalb der Plateaus natürlich recht beliebt. Aber sowas wie eine 30 Meter Position außerhalb der Plateau-Bereiche ist vielleicht nicht unbedingt so üblich oder ähnliches. Es gibt ja auch weiter südlich zum Beispiel hier noch die 40er Bereiche, weiter nördlich die 80er und 90er Bereiche. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen offenes Gewässer. Da kann man auch mal auf die Nase fallen, natürlich mit den Tests, die man hier durchführt. Aber mir war es heute einfach mal wichtig, hier auf den anderen alternativen 30 Metern ein bisschen mein Unwesen zu treiben, das Ganze dann hier mit Weichplastikködern bzw. Weichgummiködern wie den Maggots. Weil ich halt doch mal ein bisschen darauf hoffe, auch mal so den ein oder anderen Überraschungsfang in Form von Krebs, Schalentier oder Muschel zu erhaschen. Eventuell auch was anderes Cooles, was sich hier so einstellt. Aber wir haben halt auch 60 Kilo Equipment. Das heißt, wenn da der Hai groß genug ist, kann es auch sein, dass die Montage einfach mal weg ist. Auch das ist mit 60 Kilo durchaus im Bereich des Möglichen. Es passiert zwar nicht allzu häufig, aber doch schon. Dementsprechend sind wir hier angehalten, das Ganze natürlich mit der notwendigen Seriosität zu behandeln. Aber ich würde mal grundsätzlich sagen, hier ist zumindest ein bisschen was los. Köhler und Steinköhler haben wir hier schon mal. Und ich hoffe natürlich gerade bei der Bewegung in Grundnähe, dass da noch so das ein oder andere Tierchen sich ebenfalls einfindet. Warum jetzt grüne Köder? Ganz einfach, weil neben weiß-grün aktuell, finde ich, eine der sehr präsenten Farben hier ist, wenn es darum geht, unerwartet interessante Fische auch mal zu fangen. Das hat sich so in den letzten Tagen für mich persönlich herausgestellt. Jeder nimmt das natürlich ein bisschen anders wahr. Aber weiß- und grüne Köder möchte ich doch gerne ein bisschen tiefgreifender jetzt mal ein bisschen ins Auge fassen. Das hat mich irgendwie jetzt momentan im Fokus. So, und da kommt der Nächste. Was bist du denn? Okay, ich sehe schon, es kann darauf hinauslaufen, dass wir möglicherweise eine Köhler-Only-Session haben. Weiß man nie so genau vorher. Auf jeden Fall ab diesen fünf Minuten vergangenen Steinköhler hier werden wir uns mal fokussieren und werden einfach mal gucken, was hier an dieser Stelle so passiert. Wir sehen jetzt gerade, wir laufen Richtung Mitternacht. Was bedeutet das? Genau, die Flut setzt ein und wir werden Richtung Westen geschoben. Das ist auch der Grund, warum wir plötzlich ganz nah hier an den Bojen hängen. Nämlich, weil das von der Drift so eingeleitet wurde. Also, das passiert dann für gewöhnlich. Ab Mitternacht geht es dann hoffentlich wieder ein bisschen rückwärts, wobei der Wind aus Nord-Nordost kommt. Das heißt, es kann tendenziell ein bisschen schwieriger sein, wieder ins Offene zurückzutreiben. Was jetzt aber nicht weiter dramatisch ist, weil wir hier am Grenzbereich zu 30 Metern durchaus immer noch gut gehalten sind. Also, selbst wenn es uns jetzt hier die ganze Zeit gegen die Bojen drückt, die richtige Tiefe scheinen wir hier auf jeden Fall erstmal zu haben. Das heißt, wir können uns hier dann in Ruhe auf die Fische konzentrieren. Ja, ich hatte vorhin schon mal ein bisschen von Land aus hier geangelt. Also, ihr seht Steinbutt, Steinköhler, Steinköhler mit 5 Kilo, wohlgemerkt. Dornhai und nochmal 4 Kilo Steinköhler. Die sind mir tatsächlich, kann man das erkennen, da drüben reingegangen. Also, praktisch gegenüber vom Leuchtturm bin ich da an Land gegangen, darüber gewatschelt, soweit es ging und habe dann praktisch die Bojen entlang geworfen. Also, wenn man den Bojen folgt, ungefähr müsste das sein, so diese Ecke da, schätze ich mal. Das hat auf jeden Fall auch ein bisschen was gebracht. Wenngleich ich fairerweise sagen muss dazu, es war von der reinen Frequenz her relativ langatmig. Aus dem Grunde habe ich auch beschlossen, das nur in dem Video jetzt hier zu erwähnen und es nicht als eigenständiges Video zu etablieren, weil es einfach schlichtweg zu langatmig geworden wäre. Wahrscheinlich hätte ich dann für jeden Fisch, den ich gefangen habe, eine dreiminütige Sondereinlage bringen müssen, wo ich zeige, wie ich fein säuberlich die Kurbel drehe, damit der Fisch nach oben kommt. Und das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Aus dem Grunde habe ich dann gesagt, gut, nee, dann machen wir das so nicht, sondern ich fahre dann lieber ein bisschen weiter raus hier auf den 30 Metern und wir testen das dann eben in dem Bereich. Jetzt haben wir natürlich Mitternacht. Da ist tendenziell zwar in der Grundnähe noch ein bisschen Leben unterwegs, aber ihr merkt es selber, momentan hält sich das Ganze sehr bedeckt. Man kann natürlich das Pilken jetzt hier aufrechterhalten, man könnte es auch sicherlich einfach nur so runterhängen lassen, diese Köderkonstellation. Ich versuche es jetzt mal mit ein paar kleinen kurzen Pilgansätzen hintereinander, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch das ein oder andere Fischlein an die Angel motivieren können. Was natürlich hier in dem Fall mit Maggots auch wieder passieren kann, ist, dass uns zum Beispiel größere Kabeljau einsteigen. Die haben natürlich auch Bock auf den Köder. Und bei 60 Kilo Equipment kann es mitunter damit zusammenhängen, dass wir ein bisschen länger kurbeln müssen. So, da geht es weiter. Da ist der nächste Kandidat schon eingestiegen. Vorteil bei 30 Metern. Wir sehen den Fisch sehr schnell. Ich kann also weiter labern und wir gucken währenddessen, was nach oben kommt. Wir schauen mal, da ist ein Steinköhler mit 1,6 Kilogramm. Okay, wenn ich die Wahl habe, natürlich zwischen Köhler und Steinköhler, dann fällt die Entscheidung sehr einfach. Dann wird es auf jeden Fall der Steinköhler sein, den ich da nach vorne ziehe. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen was an größeren Steinköhlern rein. Steinbutt wäre auch schön. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, als ich vorhin noch da drüben am Rand stand, dass gerade durch diese Nähe zum Felsen da besonders interessant die Steinbutt und Steinköhler reingegangen sind. So im ersten Moment, wenn man sich nochmal den Kescher anschaut, es ist schon wieder über 4 Stunden her. Aber ihr seht hier ein Zeitfenster von 15 Minuten. Nicht ganz richtig, von 17 Minuten. In dem wirklich 5 richtig schöne Fische reingegangen sind. Hat natürlich im ersten Moment sehr motivierend gewirkt. Aber danach ist es rapide eingebrochen. Man hat sich zu Tode gekurbelt. Es kam nicht wirklich was bei rum. Ist natürlich dann nicht ganz so schön. Und möchte man dann möglichst auch nicht seinen Zuschauern antun. Weil für 5 Fische, sorry, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da was Passendes nachher zu verpacken. So, ja, Kabeljau ist auch vertreten. Wir erkennen es hier gerade. 7 Kilogramm. Die sich mal wieder auf unsere Köder gestürzt haben. Aber auch die sind ja schließlich nicht wertlos. Solange sie schnell genug nach oben gekurbelt werden können. Und das ist bei 30 Metern, denke ich mal, drinnen. Kann man da auch dann nachher wieder ein bisschen Silber für einstreichen. Ohne, dass man zu große zeitliche Verluste in Kauf nehmen muss. Ich denke, das geht momentan noch. Für 12 Minuten jetzt hier die ersten 7 Fische. Und das wohlgemerkt über Nacht kann man schon, denke ich, sagen, dass im Tagesverlauf hoffentlich die Frequenz noch ein bisschen gleichbleibend oder besser wird. Schön wäre natürlich ein bisschen Schalen- und Krustentier hier ranzukriegen. Aber das ist und bleibt tendenziell eher eine zusätzliche Geschenknummer, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Meine einzige Beeinflussung an der Stelle ist zu sagen, ich nehme einen Köder, von dem ich weiß, dass sie auch darauf beißen. Alles weitere überlasse ich dann den Fischen, die da unten sonst so rumschwimmen. Da sehen wir einer an. 5,3 Kilo Steinköhler. Der ist also auch noch hier. Jetzt auch wieder ein bisschen größer. Ist interessant, weil wir haben hier exakt, aber wirklich exakt, das gleiche Exemplar vor 4 Stunden 50 drangehabt. Ich muss dazu sagen, ich war zwischendurch noch essen, habe mit meiner Frau noch einen Film und eine Serie geschaut. Da sieht man also, irgendwann wiederholt sich das Fangergebnis. Und wie gesagt, wir waren recht in der Nähe. Es war irgendwie auch schon merkwürdig, dass es auf das Gramm genau derselbe Fisch war. Zumindest gewichtstechnisch. Mal gucken, was da als nächstes rangeht. Ich sehe leider immer noch nicht, was dranhängt, aber er kämpft gut, der Fisch. Das ist ein Kabel, ja okay, alles klar. Großes Auge. Komm mal hoch. Oh, guck mal, für 33 Kilo hat er sich aber wenig gewehrt, muss man sagen. Das war ja noch erstaunlich angenehm. Da haben wir wohl Glück gehabt. Ja, so aktueller Zwischenstand, wir haben 25 Minuten jetzt hinter uns gebracht und haben hier immerhin schon mal 15 Fische. Okay, da geht es schon weiter. Diesmal ein sehr kleiner Biss. Ich hoffe natürlich mal, dass da jetzt kein kleiner Köhler dranhängt oder kein kleiner Steinköhler, sondern was anderes Interessantes. Das Ergebnis werden wir jetzt hier gleich sehen. Es ist tatsächlich ein Steinköhler mit 1,5. Das ist okay. Da ist zumindest die richtige Größe schon mal da. Wenngleich wir da natürlich ein bisschen mehr noch wollen. Gar keine Frage. Aber auf grün ist er reingegangen. Guter Widerstand mit ein bisschen viel abgehackten Bewegungen zwischendurch. Was mag das denn wieder sein? Oh, da hat aber nicht mehr so viel bis zur Trophäe gefehlt. Das waren gerade mal noch 401 Gramm. Aber noch keine Trophäe leider beim Seeskorpion. Trotzdem schön, nehmen wir mit. Ist der erste jetzt hier heute im Kescher. Muss dazu auch sagen, dass es mir nicht oft vorkommt, dass ich so einseitig fange. Wer mich in letzter Zeit bei den Videos beobachtet hat, dem wird aufgefallen sein, dass es meistens im Kescher ein relativ buntes Zusammenkommen von verschiedenen Fischen gab. Aber so einseitig oder so oft einseitig wie jetzt hier in dem Fall mit maßgeblich Steinköhler und Köhler ist es wohl kaum sonst. Wir haben sicherlich hier mal ein oder anderen Kabeljau dabei, einen Seeskorpion. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr einheitliches Bild, was ich persönlich für mich selber schon sehr ungewöhnlich erachte. Aber sowas gibt es halt auch. Und wie so oft, wenn übermäßig viel Gegendruck im Spiel ist, hinkt oftmals ein Kabeljau auf so einer Konstellation, auch in dem Fall wieder. Komm, 10 Kilo, 17. Oh, das ist doch ein bisschen mehr, als ich eingeschätzt hätte. Aber die sind auch hier. Und wenn wir mal die letzten beiden Kabeljau zusammenfassen, dann wäre das schon Troffi-Mars. Der wiederum wird sich nicht so einfach einkurbeln lassen wie diese beiden Einzelkandidaten. Der wird ordentlich kämpfen, da bin ich mir sicher. Also stellt euch darauf ein, dass wenn ihr hierherkommt und es testen wollt mit den Maggots auf Köhler, weil die hier gut und frequent laufen, dass da auf jeden Fall Kabeljau auch immer mal wieder reingeht. Vielleicht sogar ein Ticken größer noch als das, was wir hier bisher gesehen haben. Das bleibt dann abzuwarten. Oh, schönes Exemplar. Nochmal 6,6 Kilo Steinköhler direkt hinterher. Nach so einem relativ langen Atemzug voller Köhler und anderer Fische ist es auf jeden Fall mal richtig schön, wieder eine 6 Kilo Steinköhler hier an die Angel zu kriegen. Aber, aber es ist lange her, dass wir die Trophie mal dran hatten. Genau genommen hatten wir sie bisher genau einmal an der Angel. Und vor kurzem hatte ich das Vergnügen oder auch weniger das Vergnügen, 10,3 Kilo dran zu haben. Ab 11 ist das Trophäe. Also das war leider nicht so geil. Was ich interessant finde, ist die Tatsache, dass wir hier einen sehr kleinen Biss haben. Entweder es ist jetzt wieder ein Köhler, nur sehr klein, oder was ganz anderes. Ah, Seeskorpion, okay. Der ist aber nicht direkt auf Grund, sondern einen Ticken weiter oben eingestiegen, denn ich meine, der war nicht ganz unten. Jawohl. Da gibt es doch noch mal was Schönes, Großes. Vermutlich mein Kabeljau. Dann machen wir damit die Session zu, würde ich sagen. Das wird hier unser Abschlussfisch. Ich hoffe, er bleibt auch dran. Scheint mir auf jeden Fall ein bisschen was zu liefern. Ich denke mal, 10 Kilo können wir hier rechnen. Wie ich es mir gedacht habe, da kommt noch mal ein Kabeljau zum Abschluss mit 12 Kilo hier in dem Fall. Sehr schön. Damit können wir uns dann jetzt, denke ich mal, wieder zurück in den Hafen begeben. 59 Minuten haben wir jetzt hier geangelt. Willkommen zurück im Hafen. Ich sehe einen dicken Vorteil mit diesen ganzen Köhlern. Hin und wieder gibt es Kaffeeaufträge, wo Köhler gefragt sind. Heute nicht. Schade. Also hier werden wir nicht fündig werden, aber hier am Fischmarkt auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns zunächst mal an. Ich hatte euch gezeigt, wir haben da hinten an der Felswand zwischendurch mal geangelt. Das habe ich euch nur erzählt. Und da hatte ich ja innerhalb von 17 Minuten hier gleich mal 5 schöne Fische rausgeholt. Die zusammen hatten allein 146 Silber an Wert. Die können wir also schon mal abgeben. Kommen wir nun zu der Stunde, die wir hier auf der rund 30 Meter Position nahe der Bojen im Westen dieser Karte verbracht haben. Wir haben natürlich sehr viel Köhler gefangen. Wir sehen aber auch, 3 Kilo sind 10 Silber. So was kann sich läppern. Wir gucken mal auf die Stunde, was zusammenkam. Wir haben 535 Silber gemacht mit Köhler, Steinköhler, Kabeljau und Sehskorpion sowie einer kleinen Scholle. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Nach den Preisen sortiert haben wir hier 84 Silber für die 33 Kilo Kabeljau. Die 6,6 Kilo Steinköhler bringen nochmal 43. Auch 43 bringen 17 Kilo Kabeljau und nochmal 34 für 5,3 Kilo Steinköhler. Im Übrigen hier die 2,6 Kilo Sehskorpion sind immerhin auch nochmal fast 22 Silber. Also ihr seht, es ist bloß, weil es Köhler heißt, nicht unbedingt ein schlechtes Fangergebnis. Das sage ich oft gerne, weil ich mir immer so denke, ja Köhler hast du so oft dabei. Aber was man hier halt auch sieht, 4 Kilogramm, 10 Silber, 4 Kilogramm, 10 Silber, das rechnet sich dann einfach auf Masse. Und dementsprechend würde ich euch raten, wenn ihr noch ein paar Köhler braucht, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die Position hier auf rund 30 Metern nahe der Bojen ist dafür sicherlich mit Maggots zu empfehlen. Viel Spaß dabei und Dankeschön fürs Einschalten. Keep Rockin! Bis zum nächsten Mal.